Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Let's Play Bioshock HD, das Remake. Wir sind in Arcadia mittlerweile angekommen und versuchen hier eben zur Metro Station vorzudringen. Bin mal gespannt, was wir da vorfinden werden. Employees only. Das sieht gefährlich aus. Okay, das sind einfach nur irgendwelche... Na? Elektro-Fäden? Ah, okay, die andere ist auf der Seite. Ich sollte wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Leute fernhalten, ne? Also so Liquid Nitrogen, Potato Chips und ein Crawl Space haben wir auch wieder. Ah, okay, der geht hier einfach durch. Interessant, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Potato Chips. Noch irgendwo was hier, was wir essen können vielleicht. Nö. Gut, dann auf zum Metro. Gut, dann auf zum Metro. Ich höre doch irgendjemanden. Irgendjemand weint doch. Penalty, okay, es gibt... Es gibt eine Penalty, wenn die tot sind. Okay, also hier geht's auch nicht weiter. Was haben wir hier? Houdini-Splicer. Hier ist wirklich unheimlich viel los. Da ist ein Big Daddy. Und die Little Sister. Was bist du für einer? Bist du ein normaler Splicer? Leadhead-Splicer. Er schießt zum Glück nicht auf mich, aber wir könnten ihn... Wir könnten uns ihn holen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben noch ein paar Frag-Granaten. Wo ist er denn hin? Okay, proximity mine. Der wird auf jeden Fall hier gleich wieder hochkommen. Ich hab' ihn nämlich angefeuert. Und wenn er hochkommt... Ich hab' sich jetzt selber nochmal ein... Äh... ...vergeht genommen. Ich weiß nicht, wo ist er denn? Ich hör' ihn andauern, aber er kommt nicht. Ich hab's jetzt... Ich hab' jetzt extra gedacht, er kommt doch. Aber er denkt sich... Da fug? Er denkt sich halt jetzt so, nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö But what use is our ideology, if it is not tested? The market does not respond like an infant, shrieking at the first sign of displeasure. The market is patient and we must be too. Okay, I have no idea. Can we do something better? No. Where are the Penner? He has somehow not to come back again. I think if I go in there, I will not be a good idea. Here are still chips. Nice. There is a security camera. But the big daddy comes just not to come back again. I see in the front of my mines. And here is a Houdini Splicer. He is not too fast. Of course. Ah, okay, hier haben wir auf jeden Fall noch Wo ist denn jetzt der Big Daddy, verdammte Scheiße Ja, habe ich mich von dem Gespräch mit dem Penner so ein bisschen ablenken lassen? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, da ist das U-Invent, okay Aha Hier kann man auch runter anscheinend Ah, Splicer mal mal Shit abnehmen ist doch recht wichtig Ist das meine? Okay, also ich spreng mich auf jeden Fall damit in die Luft Oh, was ist das denn? Interessant, kann man das mal Was ist, wenn man davon ein Foto macht? Mach mal ein Screenshot von Was auch immer das gewesen ist Kommt auch Wasser raus Ist alles so ein bisschen kaputt hier, ne? Ich höre den Big Daddy schon wieder Huch Huch Aber wo ist er? Oh, kann man das hier vielleicht ändern? Ne, kann man leider nicht Huch Da ist der Big Daddy Da ist der Big Daddy Das ist sogar der von eben Anscheinend Der hat auf jeden Fall Leih verloren Aber er hat nichts gegen mich, oder? Nein, er hat nichts gegen mich Okay Dann gucken wir mal, dass er sich vielleicht jetzt noch eine Little Sister holt Das wäre natürlich für mich ultrateit Wenn ich den fotografiere Was passiert, wenn ich ihn fotografiere? Okay, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal fotografiert Das ist schon mal gut zu wissen Ich glaube er ist auf dem Weg zu einer Little Sister Na? Ne, doch da links ist einer Links ist eine Little Sister Stelle Da wird er sich jetzt hoffentlich eine holen Und dann können wir ihn, äh Zerficken Auch wenn ich nicht mehr so viel Für Live-Pakete habe, leider Aber die Little Sister müsste dann neu sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob das dann eine extra Little Sister ist oder nicht Zählt das als... Nö, es zählt nicht als bereits fotografiert Es muss sein... Nö, du musst sein... Nö... Nö, du musst sein... Huuu... Ach Telekinese, warum hab ich immer eine Telekinese? Ok, ich hab noch 3 explodierende Ok, jetzt hab ich natürlich nur noch elektrische Nein, nein! Ok, dann haben wir schon ein Geschenk wiederbekommen Safecracker Wir lassen das erstmal Und wir können weiteren... Oh, wir können Slots erweitern, das ist natürlich... Das wären diese hier Oh, jetzt hab ich... Nein Das war ein bisschen dämlich Ok, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Adam mehr So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir an einem... Nochmal an eine Genebank kommen Und dann gucken wir nochmal Ok, ich hab jetzt einfach nur genau die, die ich schon vorher hatte Safecracker Aha Reduces Difficulty Machen wir mal das rein Ist jetzt natürlich schade, dass wir die... Kampfmäßig nicht mehr haben Da sind glaube ich eh nicht so viele, ne? Kampfteile, die wir jetzt unbedingt bräuchten Ok, das ist jetzt ein bisschen schade, weil das meine waren, aber... Na ja, gut Wir suchen trotzdem mal weiter den Level ab Hier ist nochmal sowas Hier ist nochmal sowas Oder ist das das... Ne, das ist nochmal etwas anderes Hier ist nochmal sowas Ist aber... Überwachsen Hier ist auch nochmal sowas Das ist ja mal interessant Ok, hier sind wir eben... Leider ums Leben gekommen Aha Hier ist nochmal ein New Event Und nochmal eine neue Genebank Ist natürlich auch nicht so verkehrt Aber wir hacken das Teil auch mal Äh... Diese Richtung Zack Auch wieder mal wunderbar gehackt Was können wir denn mal inwenden? Wir bräuchten ein Automatik Hack Tool Ist natürlich auch nicht so verkehrt Armor Piercing Rounds brauchen wir glaube ich momentan nicht Aber einen Splicer fotografieren Können wir natürlich immer... Ups Okay, ist jetzt tot Ich hab mir ausreden auch... Ich hab mir ausreden auch... Ich hab mir ausreden auch Schaden gemacht Weil ich natürlich auch in die... Elektriz... Elektriziertes Wasser reingelaufen bin Das ist auch ein bisschen dämlich, ne? Bisschen dämlich Oh, da ist eine Erste Hilfe Kit Okay... Ist rechts noch... Okay... Ist rechts noch... Okay... Irgendwie verlaufe ich mich gerade unheimlich Kommt man hier nicht rein? Ja, anscheinend nicht Ja, anscheinend nicht Okay, hier war ich auch schon Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ja Sieht so ein bisschen danach aus Obwohl hier links... Ist glaube ich noch irgendwo ein Crawling Space, ne? Hier klippt so ein bisschen durch die... Durch die Wand durch Wir können so ein bisschen was sehen Da ist der Crawl Space Und ein Safe Das ist ja wunderbar Na, Electric Bug und Dollar Naja, gut Electric Bug brauchen wir momentan nicht so unbedingt Mit denen kann man leider auch nichts anfangen Das wäre cool, wenn man da irgendwie durchgucken könnte Okay, wir gucken nochmal auf die Karte Okay, von da führt ein Weg daran, wo ich noch nicht gewesen bin Wie es scheint Dann müssen wir den jetzt mal finden Ich finde die Karte... Die Karte ist einfach überhaupt nicht übersichtlich So wirklich gar nicht Hier war ich auch schon Bisschen verloren Ja, hier geht's wieder hoch Und dann rechts rum Warum höre ich eigentlich die ganze Zeit Als Plycer und dass wir hier da sind Okay... Okay, hier war ich noch nicht Aber das werden wir leider erst in der nächsten Episode schaffen Denn wir sind wieder am Ende angekommen Wir sehen uns dann in der nächsten Episode Macht's gut Bis dann Tschüss bomber Most freiges durch weil Sauber